Natur und Gesundheit, unser wöchentliches Format, beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, ihre Gesundheit mit Hilfe aus der Natur zu stärken oder wiederherzustellen. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir hatten schon das Thema Entgiften, Entschlacken des Körpers. Ein Thema, das sehr kontrovers behandelt wird und von der Naturmedizin befürwortet, von der Schulmedizin abgelehnt. Ein ähnliches Schicksal erleidet das Thema Übersäuerung. Der Begriff Übersäuerung ist schon seit langer Zeit Inhalt einer Kontroverse zwischen der Naturmedizin und der Schulmedizin. Die Argumente der Schulmedizin sind durchaus einleuchtend. Die Schulmedizin sagt, eine Übersäuerung des Körpers kann es nicht geben, denn an verschiedenen Orten des Körpers gibt es auch verschiedene pH-Werte. Das ist der Wert, mit dem man einen basischen Zustand oder einen sauren Zustand nachweisen kann. So zum Beispiel hat der Magen einen pH-Wert von 1 bis 2 und der Saft der Bauchspecheldrüse einen pH-Wert von 9. Also sehr unterschiedliche Säurewerte finden wir im Körper. Das Argument lautet, darum kann der Körper nicht übersäuern. Nun, aus der Sicht der Naturmedizin ist das etwas, möchte ich sagen, mit Scheuklappen betrachtet. Aber um nicht in diese Diskussion einzusteigen, sagen wir einfach statt Übersäuerung Mineralstoffmangel. Ich habe noch heute mitgebracht hier ein Schüsselchen voller Zucker. Was würden Sie sagen, wenn ein Kind diesen Zucker nimmt und einfach mit dem Löffel isst? Ich denke, wenn Sie verantwungsvolle Eltern sind oder Großeltern sind, dann werden Sie sagen, hör bitte sofort auf, diesen Zucker zu essen. Nun, es ist eine Tatsache, dass genauso viel Zucker, wie ich hier in diesem Schüsselchen für Sie mitgebracht habe, in einem Liter eines Süßgetränks sich befindet. Oder in Schokoladeaufstrichen und so weiter. Das heißt, unsere Kinder, werden massiv mit dem raffinierten Zucker beladen und belastet. Raffiniert heißt, dass dieser Zucker reine Kohlenhydrate beinhaltet und keine Mineralstoffe mehr. Das hat im Körper zwei Auswirkungen. Erstens, der Zucker wird sofort ins Blut aufgenommen. Das heißt, es kommt zu einer Überzuckerung des Körpers und die Bauchspeicheldrüse wird massiv belastet. Das ist eine der Ursachen, dass es schon 13-, 14-, 15-Jährige Diabetiker gibt, die Altersdiabetes aufzeigen. Also Kinder mit Altersdiabetes, man sagt auch Diabetes Melitus Typ 2. Die zweite Folge aber ist, dass wenn der Körper diesen Zucker verstoffwechseln muss, dann braucht er Mineralstoffe. Er braucht Magnesium, er braucht Kalzium und so weiter. Er braucht die komplette Frucht, die uns die Natur gegeben hat. Hat der Körper das nicht, dann fallen im Körper durch die Verstoffwechslung von Zucker auch Schlagstoffe an, die sich wiederum im Bindegewebe ablagern. Und das nennt man dann Mineralstoffmangel oder auch herkömmlich Übersäuerung im Körper. Wenn wir also von Übersäuerung reden, reden wir auch von Mineralstoffmangel. Es ist nicht die Fehlernährung die einzige Ursache. Wir wissen heutzutage, dass Stress genauso einen Mineralstoffmangel verursachen kann, wie zu viel Sport. Wenn jemand viel Sport macht und viele Mineralstoffe ausscheidet über den Schweiß, kann einen latenten Mangel kommen. Die Folge kennen Sie, vom Muskelkater angefangen bis zum Muskelfaserrissen, aber auch Gelenksproblemen. Die Aufgabe heißt also, den Körper mit Mineralstoffen zu versorgen, dass die gesamten Stoffwechselsysteme, die es im Körper gibt, ordentlich funktionieren können. Welche Mineralstoffe sind die wichtigsten, die wir dem Körper zuführen sollten? Natürlich an erster Stelle wissen wir, da steht das Magnesium. Magnesium braucht der Körper für viele Funktionen, vor allen Dingen auch zur Entspannung der Muskulatur, zur Entspannung der glatten Muskulatur, aber auch zur Funktion der Leber. Wenn ein Magnesiummangel im Körper herrscht, kann die Leber, die Giftstoffe, die sie ausscheiden soll, nicht in voller Form auch ausscheiden. Magnesiummangel kann sich auch noch zeigen in Krämpfen, Wadenkrämpfe zum Beispiel. Oft glaubt man, das sind Krampfadern, die diese Krämpfe verursachen. In einem hohen Prozentsatz ist es Magnesiummangel. Auch Blutdruck, der zu hoch ist oder Verengung der Herzkranzgefäße können eine Ursache haben in Magnesiummangel und man kann sie damit ganz leicht beheben. Magnesium, also ein Mineralstoff, der schon lange bekannt ist und in dem Körper zugeführt werden sollte. Nur aufgepasst, wir müssen aufpassen, welche Form der Körper Magnesium noch zu sich nehmen kann. Sehr oft werden gegeben die Magnesiumkarbonate. Das sind eigentlich anorganische Stoffe, die der Körper nicht gut verwerten kann. Was brauchen wir? Wir brauchen Citrate, also Magnesiumsalze, die der Natur nach gebaut sind, sage ich. Ein richtiges Basenpolver, wie ich es hier mitgebracht habe, beinhaltet Magnesiumcitrate, die kann der Körper aufnehmen, gut verwerten und dadurch den Stoffwechsel anregen. Wir wissen, dass in Österreich allein 600.000 Menschen an Osteoporose leiden. Eine Krankheit, die schwerwiegende Folgen haben kann, wenn ein älterer Mensch stürzt, vielleicht auf die Hüfte stürzt, dann bricht sehr leicht der Oberschenkelhals und eine schwere Operation ist dann die Folge. Also Calcium sollte auch dem Körper zugeführt werden und wiederum nicht in der Karbonatform, sondern in der Kalziumcitratform. Also wieder eine Kalziumverbindung, die eben der Natur entspricht. Kalziumkarbonat ist Ihnen bekannt als Tafelkreide. Kalziumkarbonat ist einfache Tafelkreide, die halt dann verpackt als Mineralstoffprodukt in der Apotheke wieder auftaucht und das dem Körper nicht unbedingt gut tut. Ein weiterer Mineralstoff, der für den Körper lebensnotwendig ist und den die Medizin leider vergessen hat, ist Silizium. Silizium ist das zweithäufigste Element dieser Erde. Die Erdkruste, der Erdmantel, ist circa 30 Kilometer dick und 70 Prozent vom Erdmantel besteht aus Silizium. Kommt es im Körper zu Siliziummangel, dann kann einerseits die Folge sein, dass die Nägel brüchig werden, dass die Haare vielleicht vermehrt ausgehen, dass die Haut schlaff wird, aber auch, dass das Immunsystem nicht richtig arbeitet. Silizium ist so ein kleiner Alleskönner. Es ist das Mineralstoff der Schönheit. Die Haut wird etwas gepolstert, die Nägel wachsen fest danach und Haare behalten ihre Kraft, aber auch ihre Farbe. Außerdem hat Silizium die Möglichkeit, das Immunsystem zu stärken. Wir sollten aber schauen, dass Silizium in der richtigen Form eingenommen wird. Ich empfehle Silizium in einer flüssigen Form. Wir sagen dazu Colloidales Silizium. Und dieses Silizium hat eben die Eigenschaft, dass wenn es in einem Wasser gelöst ist, sich die kleinen Teilchen niemals absetzen. Es bleibt immer diese milchige Flüssigkeit, obwohl hier Feststoffe im Wasser sich befinden. Diese Feststoffe sinken nicht ab. Gebe ich etwas Silizium in ein gutes Wasser, sehen Sie, das Wasser wird sofort etwas getrübt und diese Menge würde schon Ihren Siliziumhaushalt im Körper regulieren. Wir sprechen von ca. 40 Milligramm pro Tag. Ja, zusammenfassend zum Thema Übersäuerung und Mineralstoffmangel möchte ich Ihnen heute mitgeben, achten Sie auf die Mineralstoffe im Körper. Sie können definitiv Ihr Leben verlängern, Ihre Gesundheit verbessern. Achten Sie darauf, welche Art von Mineralstoffen Sie zu sich nehmen. Achten Sie auf eine gesunde Ernährung und informieren Sie sich, was der Alleskönner Silizium wirklich kann. Wie immer finden Sie im Beiblatt zu unserem heutigen Newsletter, zum heutigen Film viel mehr Information und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Gesundheit und freue mich auf das nächste Mal.